... Musik ... Ich frage mich gerade, was hier passiert ist. Ob das hier so aussieht. Haben wir da ein paar Baustämme entfernt? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, diese Grube, ey. Ich frage mich gerade. Ich frage mich gerade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wissen wir was? Ich schnapp mir erst erstmal die ganzen Query-Leute und lade die Steine um. Dass wir den Stockpile auch einreißen können. Oder aber ich mach daraus Steine, die wir eh brauchen. Hm? Nee. Gib mir mal die Jungs. So geht das ja ziemlich schnell. Ja! 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 Ja, das ist Ihr. Ja! Zwei Ich bin Segen Das ist Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Und ehrlich gesagt kann ich dann die hier auch gleich einreißen. Die zwei sollten reichen für unsere restlichen Bauvorhaben. Dass wir schon mal anfangen unsere Baustellen Stockpiles loszuwerden. So. Die markieren, dass wir sie weg haben. Zwei von euch reißen sie ein. Zeichnen. 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 Ach ja, die wollte ich auch noch loswerden, habe ich gesagt. Ach, dann mach die mal weg. So, und dann kommen hier noch drei Blöcke hin. Später, wenn hier fertig gefüllt ist. Äh, ihr könnt ruhig weiter einreißen. Na gut, dann dürfen wir das nicht so machen, weil dann ignorieren sie die Abreißbefehle, wenn wir Baubefehle machen, für die sie keine Materialien haben. Gut. 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 So, auf zum Quarry. Dann kann einer von euch... ...die restlichen Baumstäbben, die da jetzt rumliegen, wegmachen. So, in der Zwischenzeit können wir jetzt wirklich hier unsere letzten drei Steine planen. Wir können auch gleich mal die hier zu den Steinen machen. So. Ja, ich würde sagen, wir sind heute gut vorangekommen. Wir haben schon die letzte Mauerreihe gelegt, bis auf die Treppenstufen. Fast alles gefüllt. Wir sind hier mit unserem Riesensteinbruch fertig, haben hier schon die ersten Stockpiles eingerissen. Ja. Deswegen würde ich sagen, ist es wieder an der Zeit, einen Cut zu machen, leider. Save Override. Und dann sehen wir uns gleich wieder. und dann gibt es doch eher ein Centuryman.